Abba, Vater 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 Wien ist eine Stadt der Kinder. Wien ist eine Stadt mit christlichen Wurzeln. Diese wollen wir als die, die hier einen Großteil gestalten, pflegen. Die Hoffnung der ganzen Welt. Liebe Brüder und Schwestern aus den anderen christlichen Kirchen und liebe Gäste, die Sie vielleicht zufällig oder auch mit Absicht hierher gekommen sind. Wir freuen uns, dass wir in der Gemeinde Wien einen Partner gefunden haben, der dieses Kreuz erhält. Und deshalb gilt mein Dank hier ganz ausdrücklich all denen, die sich engagiert haben, dass dieses Kreuz erhalten bleibt. Es ist nicht unbekannt, Herr Bürgermeister und ich haben uns, wie man in Wien sagt, aufs Backel kaut. Für diese gemeinsame Verpflichtung steht dieses Kreuz. Ein Zeichen der Erlösung. Ein Zeichen der Erlösung. So muss ich fragen, wie kommt der Häupe da her? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht.